Anbruch zum Hören Die Kaveskas, die Menschen wie sie sich selbst nennen, haben eine jahrtausendelange Odyssee hinter sich gebracht, um ihr Nomadenleben in völliger Abgeschiedenheit zu führen. Von anderen Indianerverbänden aufgrund ihres hässlichen und groben Erscheinungsbildes sowie ihrer Zurückgebliebenheit, unablässig vertrieben und verfolgt, durchquerten sie den gesamten amerikanischen Kontinent von Alaska bis ans südliche Ende Patagoniens. Der Kontakt mit der Zivilisation, zunächst in Form von europäischen Entdeckern, war jedoch der Anfang vom Ende für das Leben der Feuerland-Indianer. Eben jenem Stamm widmete der französische Schriftsteller Jean Raspail seinen Roman »Sie waren die Ersten« aus dem Jahr 1986, in welchem er dem Leser die Geschichte und den Leidensweg der Feuerland-Indianer der Kaveskas schildert. Der weitgereiste Romancier, der die im Buch thematisierte Weltgegend durch eigene Expeditionen kennenlernte, verwebt eigene Erfahrungen und Bilder mit dem historischen Kontext. Angefangen vom Exodus der Kaveskas bis hin zu ihrem allmählichen Verschwinden gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zeit ihrer Existenz waren die Kaveskas ein Volk auf der Flucht. Die unablässige Vertreibung, die die Stämme dezimierenden Kämpfe, sowie die damit einhergehende omnipräsente Furcht vor dem andersartigen Menschen, schlugen sich auch in den rudimentären religiösen Regungen der Feuerland-Indianer nieder. Ihre spirituelle Welt wird von drei mächtigen Wesen dominiert, Indera, der schreckenerregende Ayayema, der nachts die Seelen heimsucht. Der Berggeist Mbono und der nach Moda riechende und die Meere beherrschende Kavcho lassen den Indianern ebenfalls keine Ruhe und bestimmen das Handeln und Denken der Indianer in jedem Moment. Raspeis Geschichte dreht sich hauptsächlich um Lavko, den Anführer einer der zunächst noch zahlreichen Sippen. Durch die Schaffung dieses fiktiven Charakters gelingt es Raspei, dem Leser die Lebenswelt sowie das Denken und Fühlen der vom Schicksal verdammten Kaveskas näher zu bringen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Namen der Indianer stets gleich bleiben, obwohl auf knapp 300 Buchseiten tausende von Jahren vergehen. Das Individuum und das mit ihm verbundene Einzelschicksal spielt im Leben des Stammes schlicht keine Rolle, weil nur die Gemeinschaft der Einzelnen das Ganze bildet. Die simplen und gleichzeitig eindrucksvollen Szenen, die der Autor zwischen den Zeilen malt, evozieren eine bildhafte Zeitreise ins Neolithikum. Die einfachen Zelte, das Feuer, die vom Robbenfett als Kälteschutz glänzende Haut sowie die teils barbarisch anmutenden Riten beschreiben den täglichen Rhythmus der ewigen Eindönigkeit. Kommt ein Neugeborenes in einer mondlosen Nacht zur Welt, so wird es entweder sich selbst überlassen oder mit der Nabelschnur erdrosselt, um kein Unglück über den Stamm zu bringen und den grollenden Eierjemmer zu besänftigen. Seit 5000 Jahren findet Lavko jeden Morgen ohne Hilfe aus dem Diesseits oder dem Jenseits den Mut zu leben. Er kennt kein anderes Schicksal nach dem täglichen Lauf der Sonne als eine neue, immer gleiche Nacht, die ihn erwartet, und doch gibt er nie auf. 5000 Jahre sind vergangen und er hat nichts aus ihnen gemacht. Gott hat es so gewollt. Seit Anbeginn der Zeit bewegen sich die Kaveskas auf nahezu gleichem vorzivilisatorischem Niveau, das von Raspai eingehend beschrieben wird. So entwickeln sie keine Schrift, erfinden weder das Rad noch das Segel und geben ihre kümmerlichen kulturellen Traditionen ausschließlich mündlich weiter. Es gibt keine Worte für Glück oder Schönheit, denn solche Begrifflichkeiten liegen ihrer Lebenswelt und ihrem Denken so fern wie nichts anderes. Unter dem Patriarchat der Sippenältesten ziehen die Tage dahin, die sich in der immer gleichen Abfolge von Jagen, Fischen und Essen verlieren. Im abendlichen Widerschein des Feuers singen die Frauen das Lied von der Robbe oder dem Fischotter. Die Zeit steht seit 1000 Jahren still. Lavko rudert in seinem Einbaum mit den seinen um die unwirtliche und von steilen Klippen geprägte Inselwelt und sucht gestrandete Wale und passende Lager und Feuerstellen. So wäre es wohl bis auf alle Ewigkeit weitergegangen, segelte nicht eines Tages die Flotte Magellans an ihnen vorbei. Der erste Kontakt mit der europäischen Zivilisation in Form dieser riesenhaften Segelschiffe war für die Indianer im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbar. Er sprengte die ohnehin engen Grenzen ihrer Vorstellungskraft. Die Fremden, die Pecceves, die für die Feuerlandindianer das Böse schlechthin verkörpern, waren zurückgekehrt. Diesmal für immer. Lavko ist der Staat. Ein bisschen Bluttropft von seinem Schenkel. Er hat gesehen, wie der große, runde, schwarze Stein aufschlug. Wenn die Fremden fähig sind, so schwere Brocken so weit zu werfen, warum dann nicht er? Und wieder dröhnendes Gelächter. Die weißen Gesichter an Bord der großen Boote verzerren sich zu Fratzen. Die besondere Stärke und Einzigartigkeit des Romans sind die periodisch wiederkehrenden Perspektivwechsel, die Raspein seine Erzählung eingebaut hat. Geht es einige Seiten um das einfache Leben der Sippe, so findet sich das geistige Auge wenige Augenblicke später im dunklen Schiffsrumpf von Darwins Beagle wieder. Man begegnet dem Urzeitmenschen hier ebenso wie Persönlichkeiten wie Sir Francis Drake, Don Enrique, den Gamboa oder Martin Behem, dem Erfinder des Globus. Auf diese Art und Weise werden dem Leser Tore in beide Welten geöffnet, Neolithikum und Zivilisation. Ist dies auch eine gekonnt inszenierte Konfrontation zweier Lebenswelten, die gewissen Konflikte auslösen soll und viele wichtige und auch unangenehme Fragen aufwirft? Muss die Zivilisation zwangsläufig über die vermeintlich rückstichtlichen Völker obsiegen? Wem fühlen wir uns näher? Dem urzeitlichen, urtümlichen Stammesmenschen, den wir über weite Strecken der Geschichte kennen und schätzen gelernt haben? Oder dem genuinen europäischen Entdecker- und Erfindergeist, der erkünstelt und errechnet, erobert und unterwirft? Die unausweichlichen Verheerungen, die der Zusammenprall zweier Welten mit sich bringt, werden bildreich beschrieben und geben einen Eindruck davon, wie jäh und hässlich das Verschwinden einer jahrtausendealten Kultur aussehen kann. Die Feuerland-Indianer verlieren ihren Lebensmut, fangen an zu betteln und lassen sich zum großen Missfallen der Missionare nicht christianisieren. Sie sollen nun in Hütten leben, in denen sie sich niemals heimisch fühlen werden. Er legt einen Holzscheit nach dem anderen in den Ofen und es ist zu heiß in seinem Haus. Eine feuchte, lebende Wärme, die nicht die wilde Kraft des Feuers hat. Keine Flamme wirft ihren Scheinen auf den nackten Körper, denn es gibt kein sichtbares Feuer und alle sind angezogen. Vielleicht ist der Körper warm, aber nicht das Herz. Es fehlt jener tanzende, rote Funke, der eine der Geheimnisse des Lebens war. Man macht sie lächerlich, stellt sie auf Kreuzfahrtschiffen bloß, steckt sie in Kleider, deren Sinn sie nicht verstehen und holt einige von ihnen zu guter Letzt nach Frankreich und England, wo ihr Geist verkümmert und sie mitunter als Zirkustiere und animalische Menschenfresser ausgestellt werden. Die moderne Welt verneint ihre Existenz und damit geht die Geschichte zu Ende. Sie hörten, wenn Welten aufeinanderprallen. Raspey und die Zivilisationskritik Ein Beitrag von Oliver Niehaus aus dem Programm von Anbruch.info und sie vergleichen die Zivilisation wie ein gettinget Vielen Dank.